hey freunde heute im test der quackling eruption vulkan von nico bekommt bekommen tut ihr den im norma für 2,90 wie drauf steht ja ist angeblich ein vulkan ich hol mal kurz einen raus hier haben wir den schönen vulkan nm habe ich noch gar nicht geschaut werden wir gleich mal gemeinsam schauen 75 gramm nm genau und da würde ich einfach mal sagen schauen wir uns mal an was diese quackling eruption drauf hat als vulkan und wir sehen uns gleich draußen zur zündung und wir zünden alle beide weg also bis gleich draußen so jetzt sind hier ist noch die zwei quackling eruption von nico wie versprochen und los geht's also für drei euro sehr schöne teile ja 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 ja